folgendes ich habe seit 12 monaten an einer neuen twitch app gearbeitet wo ich weiß dass viele von euch genau auf dieses feature warten ich bin auf jeden fall sehr gespannt was ihr dazu sagt schreibt mir das unbedingt in die kommentare und ein däumchen wäre natürlich auch sehr nice und wir legen jetzt los also worum geht es geht um den channel points organizer custom made bei nordlichter tv oder kurz cpo was ist das jetzt genau also kanalpunkte kennt ihr alle das ding bei kanalpunkten ist wenn ihr zum beispiel von einem spiel zum anderen wechselt also zum beispiel von call of duty rüber zu rocket league dann benutzt ihr mit hoher wahrscheinlichkeit unterschiedliche kanalpunkte bei rocket league könnte es zum beispiel sein dass eure zuschauer sich euer auto also auto wünschen könnt was ihr spielen sollt oder bei call of duty sollt ihr zum beispiel einen speziellen modus spielen jetzt gibt es das problem wenn ihr von dem ein spiel zu dem anderen spiel über switcht sind natürlich trotzdem immer noch die kanalpunkte für beide spiele aktiviert um das zu ändern müsst ihr dann in die twitch oberfläche reingehen müsst ihr da umständlich jeden einzelnen kanalpunkt suchen den ihr an beziehungsweise ausstellen wollt und genau da kommt eben der channel points organizer zu tragen mit dem könnt ihr nämlich per knopfdruck oder auch per stream deck ganz ganz einfach punkte an und wieder ausschalten das ist sehr sehr nice und ich zeige euch jetzt wie das funktioniert gibt natürlich noch andere beispiele ihr sagt zum beispiel gerade im just chatting und wechselt dann in ein spiel oder umgekehrt und auch da wollt ihr eigentlich andere kanalpunkte haben oder es gibt spezielle tage bei euch mit speziellen events oder speziellen streams auch da kann es gut sein dass wir eben andere kanalpunkte einstellen wollte oder mit einem stream sagt ja ich habe jetzt gerade keine lust auf kanalpunkt xy auch das ist dann eben kein problem das kann man sozusagen on the fly einfach ganz schnell ändern oder tolle kommen bei euch rein gesagt ich möchte jetzt sofort alle kanalpunkte ausmachen auch das ist natürlich möglich also die anwendungsfälle sind wirklich sehr sehr vielfältig link zum download vom channel points organizer ist natürlich unten in der beschreibung wenn ihr den cpu gedownloadet habt dann einfach installieren öffnen und da gucken jetzt rein so wir haben die cpu geöffnet als erstes müsst ihr rechts oben einmal draufklicken und euch bei eurem twitch kanal anmelden ganz klar hier müsst ihr euch einmal anmelden dann läuft es folgendermaßen dass ihr hier in der liste einmal kanalpunkte auswählt dann hier auf belohnung und herausforderung verwalten drücken und hier sind dann eben eure kanalpunkte als kleine info hier links unten ist auch ein infoknopf da könnt ihr noch mal einiges über den channel points organizer fahren was ihr auch bescheid aber jetzt kommen wir sozusagen zum main feature oder zu den main features noch eine info wenn in der app beziehungsweise in dieser oberfläche der kanalpunkte irgendwo pop-up oder so auftaucht also ein pop-up von pop-up von twitch dann müsst ihr dieses wegxen nur dass ihr das auch wisst also der vorgang ist ganz ganz easy wie geht es mal zum beispiel davon aus ich spiele gerade rocket league dann möchte ich bei mir die kanalpunkt anhaben traden mache ich an eins gegen eins mache ich an und ich will noch dass die leute bei mir im stream hintergrund die lichter die farben verändern können dann mache ich auch noch diese drei hier an wie zuschauer live eure lichter im stream triggern können habe ich übrigens video zugemacht link packen und die beschreibung ist sehr sehr nice für die interaktion guckt euch das gerne an nach dem video bitte wäre nice also wir haben jetzt diese fünf kanalpunkte angeschaltet als nächstes geht ihr einfach auf hinzufügen und gibt jetzt dieser gruppe die erstellt von diesen kanalpunkten einen namen wir nennen diese gruppe jetzt pocket league dann einmal enter jetzt lädt das kurz neu die seite wird sozusagen einmal neu geladen und dann ist hier die gruppe rocket league erstellt es gibt noch ein zwei sehr geile sachen was ihr nun mit dieser gruppe anstellen könnt das zeige ich euch auch sofort vorher stellen wir noch eine gruppe ist nämlich auch nötig um euch alles zu zeigen so für die nächste gruppe möchte ich die kanalpunkte die wir jetzt in rocket league zum beispiel haben nicht drin haben deswegen mache ich sie wieder aus in meiner nächsten gruppe möchte ich zum beispiel drin haben captain last sparrow den farbalarm und das beim und dass meine zuschauer bei mir komplett das licht ausschalten können für eine minute dann wieder auf hinzufügen das nehmen wir mal standards wieder auf enter jetzt wird die gruppe hinzugefügt wenn ihr jetzt hier auf das kästchen von rocket league klickt dann seht ihr es lädt ganz kurz und zack sind jetzt die kanalpunkte für rocket league aktiviert und dann könnt ihr ganz einfach wieder auf das kästchen bei standards drücken seite lädt einmal kurz neu und zack die rocket league kanalpunkte sind aus die neue gruppe hat sie aktiviert sehr sehr geil wirklich super viele möglichkeiten wenn ich das video bis hierhin gefällt wäre natürlich ein däumchen träumchen vielen dank schon mal dafür wir drücken jetzt einmal hier bei der gruppe rocket league kanalpunkte einmal hier einfach auf die fläche drauf dann öffnet sich hier neues menü dann könnt ihr einmal die gruppe umbenennen dann könnt ihr sie entfernen wenn ihr sagt ihr wollt ihr nicht mehr haben und hier ist es halt einmal super interessant tasten belegung hinzufügen mega nice einmal drauf drücken wofür machen wir das jetzt wir machen das jetzt damit wir noch nicht mal in diese app rein müssen um diese einzelnen kanalpunkte gruppen triggern zu können sondern das zum beispiel per shortcut direkt auf eurem keyboard machen zu können oder auch in den stream deck habt auch direkt per stream deck mega geil wir sagen jetzt zum beispiel die rocket league gruppe soll mit strg f1 getriggert werden ich drücke strg f1 und dann sieht man auch hier jetzt hat sich das geändert das heißt mit strg f1 wird diese gruppe jetzt getriggert als nächstes öffnen wir jetzt einmal das stream deck aber ihr könnt das im grunde mit jedem programm mit mit jedem stück hardware machen wo man eben hotkeys einfügen kann dann geht ihr einmal auf system dann einmal auf hotkey fügt das hier ein das nehmen wir jetzt rl kanalpunkte dann einmal hier bei hotkey drauf drücken und auch strg f1 das gleiche habe ich jetzt auch für die gruppe standard kanalpunkte gemacht und wenn ihr jetzt hier auf den stream deck zum beispiel auf den knopf standard kanalpunkte drückt sieht auch direkt in der app dass sich ändert mega mega nice und natürlich geht es auch genauso gut umgekehrt einmal drauf drücken und es ändert sich übrigens haben wir auch schon ein custom made rotating feed für nordlicher tv erstellt mega geil links natürlich auch unten in der beschreibung ist super nice wenn ihr overlays im stream einfach clean und trotzdem interessant gestalten wollt wie gesagt schaut euch das gerne an links unten in der beschreibung diese cpo ermöglicht einfach ein richtig geilen workflow und gibt einem einfach viel mehr möglichkeiten noch mit den kanalpunkten rum zu spielen und so das ganze einfach noch mal individueller zu gestalten den channel points organizer zu erstellen hat relativ lange gedauert deswegen bin ich umso gespannter was ihr dazu sagt und umso mehr hoffen natürlich auch dass euch dieses stück software weiterhilft wenn es fragen dazu gibt oder auch allgemein rund um das thema content creation ihr wisst ja ich bin regelmäßig auch live auf twitter finden auf dem discord sowieso herzen gehen raus leute bis bald